Was bedeutet Clickbait? Clickbait ist ein besonders im Internet weit verbreiteter Begriff. Aber was bedeutet er? Ein Clickbait ist eine reißerische Überschrift, die Neugierde im Leser weckt. Die Überschrift teilt nur so viele Informationen mit, wie nötig sind, um diese Neugierde zu wecken und zu wenige, um sie zu befriedigen. Die Entstehung. Clickbait wurde 2006 von amerikanischen Online-Magazinen erfunden. Beispiele dafür sind Buzzfeed oder Hamilton Post. Aber auch in Deutschland fand diese Methode der Reichweitenvergrößerung anklang. Das Online-Magazin Heftig.co erreichte so regelmäßig mehr Leser als Spiegel Online. Heute wird Clickbait besonders häufig in sozialen Netzwerken wie YouTube oder Facebook angewandt. Allerdings wird diese Art der Clickvermehrung bei den Konsumenten immer unbeliebter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, würde mich sehr über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Ich wünsche euch für immer noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Ciao!